Ja, nachträglich nochmal schöne Ostern. Hallo! Es ist eine neue Woche, eine kurze Arbeitswoche. Dienstag ist Tea-Time-Tag und es ist wieder das Triumvirat am Start, die heilige Dreifaltigkeit, das Beste, was wir heute Abend nach Ostern noch zusammenwürfeln konnten. Florian Fritsch im Dachgeschoss, Bernd Ritthammer im Keller, ich in der Agentur. Schöner kann es doch gar nicht sein. Hallo, ihr Männer. Servus, grüßt euch. Grüß euch. So, es ist 21.30 Uhr, es ist sauspät am Ostermontagabend und ich habe die ganze Zeit, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ein paar Tage Auszeit genommen. Ich war in Bad Griesbach, habe tatsächlich Golf gespielt, wunderschön, kann ich nur empfehlen. So, und eigentlich wollten wir am Ostersonntagabends aufnehmen, dann habe ich aber gesagt, ah, eigentlich komme ich da quasi gerade vom Platz rein und so und vielleicht Montag besser. Und dann, ah, schwierig und heute habe ich erst verstanden, warum, Bernd, das für dich heute schwierig ist. Es tut mir leid, ich habe erst heute im Auto, ich habe heute erst kapiert, warum du gesagt hast, Montag ist eigentlich nicht so cool. Es tut mir leid. Ich wollte, ich wollte, ich dachte mir, ich warte jetzt mal ab, ob die Jungs irgendwann draufkommen oder nicht. Müssen wir jetzt was singen oder was? Ja, ich denke schon. Zille, Zille, stimmst du an? Mi, ma, 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 ma. Happy Birthday to you. Das ist über so eine Leitung schwierig, weil wir Zeitunterschied haben. Oh, verstehe, dann lassen wir das. Wie nennt man das so, wenn man so versetzt voneinander singt? Ah, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Kanon. Kanon, mach doch so einen Kanon. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Bernd. Happy Birthday to you. Yeah. War nicht schlecht, oder? Oh, ja, ja. Vielen Dank. Alles Gute. Es ist der wieder mal runde 20. Geburtstag. Ja, ich werde, also die 20 steht mir, finde ich. Selbstverständlich. Deswegen hast du gedacht, dass du dort einfach mal stehen bleibst bei 20. Ich bleibe einfach stehen bei der 20. Nur meine Haare haben, nur meine Frisur und meine Haare haben sich entschieden, weiter zu alter. Aber ich, so vom Gefühl, also ich bin heute 35 geworden und so. Ich würde sagen, Mitte 30 ist das neue Mitte 20. Sehr gut. So fühlt es sich an, ja. Was ist Mitte 40 dann, das neue Mitte 30? Mitte 40 bleibt gleich, würde ich sagen. Du bist ein Arsch. Nee, ich kann euch aber sagen, ich bin ja jetzt 37. Ich werde dieses Jahr 37, Bernd, und ich kann dich darauf vorbereiten. 37 ist das neue Anfang 50. Ah. Also es geht jetzt ziemlich schnell, in anderen Worten. Jetzt fühle ich mich wie sechs. Dankeschön. Hast du denn schön gefeiert heute? Ja, ich hatte Familie da. Wir hatten gutes Wetter. Wir haben Pizza gemacht und getrunken und gefeiert. Und die versucht, Kinder im Zaun zu halten. Aber Jens, wenn ich dich beruhigen darf. Von uns drei hast du eigentlich die schönste Frisur. Danke. Obwohl du der Älteste bist. Tatsächlich habe ich jetzt seit Jahren mal wieder beim Friseur gesagt, heute machen wir was Neues. Tatsächlich ist wieder in, habe ich mir sagen lassen, einfach so wie früher. Einfach nur kurz und dann einfach durcheinander mit Gel. So wie es früher mal war. Ja, das ist doch Evergreen. Alles egal. Du kannst, ich bin in zwei Minuten mittlerweile fertig. Und davor hatte ich so eine komplizierte Scheißtolle irgendwie. Da musst du erst mal mit dem Föhn und ewig rummachen und so. Wo wir wieder bei den T-Time Beauty Tipps wären. Nächste Woche vielleicht dann mehr zum Thema schöne Frisuren im Alter. Ja, absolut. So, jetzt Achtung. Ich habe ein kleines Soundquiz für euch vorbereitet. Keine Chance. Wir sprechen über ein aktuelles, über eine aktuelle Golf News. Und vielleicht kommt ihr drauf, wenn ihr euch das hier anhört. Das war ein kotzendes Kind. Wovon könnte ich sprechen wollen? Ja gut, muss man gesehen haben. Habt ihr gesehen, wie die Frau von Jordan Spieth mit ihrem gerade geborenen, gefühlt Baby im Arm aufs Grün gerannt ist, um ihrem Mann zum Turniersieg zu gratulieren? Diesem Kind ist die nächsten acht Jahre schlecht. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin selber kein Vater, aber so wäre ich mit meinem Kind, egal in welcher Position, nicht über den Platz gerannt. Dieses Kind ist ab, sie ist seekrank. Habt ihr das nicht gesehen? Nee. Also Jordan Spieth hat gewonnen auf der PGA Tour und das zum allerersten Mal als Dad. Also zum allerersten Mal konnte er sein Baby und seine Frau auf dem 18. Grün nach dem Stechen da in die Arme nehmen. Und die Frau ist so voller Glück und wahrscheinlich auch, weil sie es noch nicht gewohnt ist, dass das Kind lebt, auf den Zug gerannt, holterdiepolter. Das Kind hat gefühlt Meter hoch und runter gemacht beim Rennen. Also das Kind kotzt, glaube ich, die nächsten vier Wochen durch. Es tut mir leid. Also als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, dieses arme Kind, da war Michael Jackson, hält sein Kind irgendwie aus dem Hotelzimmer raus, war viel unspannender im Nachhinein. Ja, das muss ich, da gibt es ja bestimmt einen Clip davon, irgendwo im Internet. Ja, guckt es euch mal an. Das muss ich mir mal anschauen. Ich schaue mir das jetzt echt an. Warte mal, ich schaue mir jetzt gerade an die Highlights. Und ich gehe mal ganz am Ende hin. Gebt mal im Internet einfach Spieth Baby Vomit ein. Und dann kommt schon was. Aber Jordans Biest, hat mal wieder gewonnen, alle freuen sich. Und ein Österreicher, den ich nicht, den kannte ich gar nicht, Sepp Strucker oder Stracker oder wie, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Sepp Stracker, der OED, gell? Der Sepp Stracker, selbstverständlich, den kannte ich noch gar nicht. Wie, den kannte ich sogar nicht, der hat vor ein paar Wochen gewonnen. Ja, den kannte ich trotzdem nicht, es tut mir leid. Hä? Ja, sorry. Ja, mit sechs anderen Spielern auf dem geteilten Dritten gelandet. Der ist ja schon seit, also der, ich weiß nicht genau, ob du mehr weißt, Flo, aber der ist ja schon sehr, sehr lang in den USA. Ja. Also hat, ich weiß nicht, also mindestens seit der College-Zeit, vielleicht ja sogar schon vorher, das weiß ich nicht. Und ist dann drüben geblieben und hat dann, schätze ich mal, über die Conferry-Tour vor ein paar Jahren sich die Karte geholt. Ja, okay. Und spielt jetzt schon, also schon seit ein paar Jahren sehr gut und jetzt dieses Jahr richtig stark. Hat gewonnen bei Arnold Palmer. Arnold Palmer Invitational hat er gewonnen. Und jetzt ja, Masters ist das erste Mal gespielt, Cut gemacht und jetzt hier Dritter. Also der ist, ja, den kann man schon als, ja, feste Größe bezeichnen inzwischen. Schon gut. Also, ich glaube, es war Top 15 FedEx Cup, glaube ich jetzt, durch den dritten Platz. Ist ja ganz ordentlich dabei, gell. Ja, genau wie Bernd schon gesagt hat, der ist jetzt schon seit einigen Jahren, sag ich mal, bei diversen Touren dabei, Turnieren dabei. Ich meine, dass es 2015 war. Da habe ich tatsächlich mal mit ihm in den ersten beiden Runden bei den Porsche European Open unten in Royal and Ancient Bad Griesbach gespielt. Und, ähm, ich, ganz ehrlich, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob wir Deutsch oder Englisch gesprochen haben. Weil er hat, ich meine, einen amerikanischen Vater und die Mutter, eins von den Eltern ist amerikanisch. Und, ähm, deswegen, ich glaube, dass das eher so ein Mix aus Deutsch und Englisch war. Aber es kann sein, dass ich mich jetzt auch gerade komplett lächelnd mache. Ja, ich glaube auch, weil, also mit Sicherheit machst du das, Flo. Ja, so wie immer, ne? Wie immer. Ich bin hier so die Humornote, alles klar. Musst du gar nicht groß drüber nachdenken, ja. Aber ich sage mal so, also in einem Interview, das ich von, also ich kenne Selbstraker nicht persönlich, aber das Interview, das ich jetzt gesehen hatte von Augusta, als der Flo Bauer von Sky ihn da interviewt hatte, nach der ersten oder zweiten Runde war das, also da hat er erst reines Deutsch gesprochen, auch noch ein bisschen mit einem österreichischen Akzent. Also, äh, also das würde mich, das fände ich ja sehr lustig, wenn ihr euch auf Englisch unterhalten hättet. Ja gut, dann kann ich, dann, dann haben wir uns wahrscheinlich nicht sehr viel unterhalten während der Runde. Ja, das kann sein. Das kann sein. Oh Mann, aber eins der Eltern ist Amerikaner. Habt ihr noch diesen, ähm, diesen Regel, diese Regelgeschichte von Dylan Fratelli, das hatte ich heute kurz gelesen, gesehen? Nee. Also es war so, der hat, in der Finalrunde, glaube ich, war das, hat irgendwie seinen Abschlag verzogen nach links und der ist in so einem Ast hängen geblieben. Also und der Ast war so ungefähr auf Kopfhöhe. Also so ein Weidenast war das oder sowas, also wo der Ball sich so verheddern hat, verheddern kann. Und dann kam er da hin und dann hat er seinen Putter genommen und hat den, hat sich so dahinter gestellt und hat ihn quasi vor sich so vom Gesicht in Richtung Fairway so weggeschlagen aus der Luft quasi mit dem Putter. Und haut dann den dritten, also auch ein paar vier, haut den dritten dann irgendwie zwei, drei Meter ran und locht den Putt ein zum Paar und dachte sich schon, okay, das war das geilste Paar aller Zeiten. Hat dann aber dummerweise zwei Strafstecke gekriegt, weil er während dem Schlag quasi in seiner Spiellinie in Verlängerung stand. Und du darfst, die Regel besagt, dass du beim Ansprechen nicht mit beiden Füßen auf der, also du darfst nicht auf beiden Seiten der Spiellinie stehen mit den Füßen. Das ist ja auch beim Putten. Du kannst quasi, wenn du dir einen Ball vorstellst und das Loch, dann kannst du dich nicht direkt hinter den Ball stellen, Verlängerung zum Loch und den so vor dir, so zwischen deinen Beinen durch, am besten noch so vor dir so vorher schubsen und ins Loch schubsen. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist nicht erlaubt. Also das heißt, es darf der Fuß weder auf der Spiellinie stehen in Verlängerung hinter dem Ball, noch dürfen die Füße quasi auf beiden Seiten der Spiellinie stehen. Und das hat er halt gemacht, hat er nicht drüber nachgedacht. Er hat das halt gemacht, damit er besser das anvisieren kann. Ja klar, wie so ein Hammer halt. Ja genau, wie so ein Hammer. Und dann hat er dummerweise doch eine Sechs gespielt. Und dann hat er kein Paar. Scheiße, aber das wusste ich auch nicht. Das wusste ich echt nicht. Ja doch, das kennt man. Also als Profi weiß man, beim Putten ist das völlig klar, dass man das nicht darf. Aber ja, das ist klar, weil rein theoretisch, visuell ist es natürlich grundsätzlich, wenn du dir das Putten vorstellst, eigentlich simpler, wenn du quasi mit der Brust in Richtung Loch, also zum Loch schaust und einfach hinter dem Ball stößt und der so genau vor dir in Richtung Loch schubst. Weil dann kannst du auch das Loch anschauen, wenn du puttest und alles. Das wäre natürlich grundsätzlich schon leichter, wenn man dieses entsprechende Sportgerät hätte. Und deswegen ist es nicht erlaubt. Verrückt. Müssen wir uns merken, wenn wir das nächste Mal wieder im Baum hängen. Deswegen ist ja Bernhard Langer damals auch hochgeklettert. Ja, genau. Eine sensationelle Playlist, die jetzt schon stundenlang gefühlt ist, die wir auf Spotify für euch abgespeichert haben als Players Playlist. Diese Liste wird seit Folge 1 dieses Golf-Podcasts bestückt und das in jeder Folge. Florian Fritsch ist der Garant für ein sehr homogenes Herangehen an diese Auswahl. Genau, also ich versuche immer ein bisschen Qualität, ein bisschen Kultur in diese Players Playlist reinzubringen. Die anderen beiden, die sind bekannt für, naja, was ist denn den aktuellen Charts in den Top 3? Alles klar, dann nehme ich da was raus. Also ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, einfach machen sie es sich. Und ich gucke wirklich mal in der Vergangenheit nach, hey, was gab es da für absolute Hochkaräter? Und ich habe da so etwas gefunden wie I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston. Ich habe einen Song ausgewählt in dieser Woche, der viele überraschen wird. Und ich möchte einfach gar nicht viel dazu sagen. Hört euch diesen Song an und seid einfach mal überrascht, wie ein Weltstar, also was in diesem Song drinsteckt, textlich, musikalisch. Also das Ding ist der absolute Kracher. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, jetzt gleich, wenn ihr den Podcast angehört habt, euch diese sensationelle Scheibe. Ich glaube, der meist unterschätzte Song, das ist, das kann man gar nicht in Worte fassen, was dieser Song eigentlich, also wenn man den hört, was man da für Emotionen hat, was da einem durch den Kopf geht, was einem da wirklich alles begegnet an musikalischer Perfektion, ist leider nie als Single veröffentlicht worden und ich weiß gar nicht bis heute, warum sie es nie gemacht hat. Janet Jackson, die jüngere Schwester vom King of Pop mit Wind. Eine Sensation, eine musikalische Sensation. Schade, dass das nie als Single rausgekommen ist, aber das kommt diese Woche von mir auf die Players Playlist, weil mit Wind hat man ja auch auf der ein oder anderen Golfrunde zu kämpfen. Genau, Wind von Janet Jackson. Damit haben wir zwei großartige Frauen heute auf die Players Playlist gehauen. Whitney Houston und Janet, jetzt kommst du. Ich nehme Summertime Sadness. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Ja, ich dachte mir ist von meinem Geburtstag, nehmen wir doch mal was Trauriges. Ja, an deinem Geburtstag wollen wir ja auch Qualität haben und nicht irgendeinen Schrott da, Junge. Ich bringe nur Qualität. So, ist auch drauf, Summertime Sadness. Wie schön, so. Das ging ja total schnell jetzt. Ja, wunderbar. Wie immer. Ich hätte jetzt hier einen Hammergag. Sollen wir den gleich raushauen? Mein Gott, jetzt knallen wir hier die Rubriken aber durch. Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest. Hier kommt der Hammergag der Woche. Was sagt der dunkle Vogel im Käfig? Es ist dunkel. Warte mal, der dunkle Vogel im Käfig. Verstehe ich nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Star, Star. Ich bin ein Star. Ja, ja. Also ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. So, wir haben einige Fragen aus dem hochkarätigen Publikum dieses Podcasts erhalten. Und da freuen wir uns immer drüber, wenn wir Post kriegen über Instagram, über Facebook oder auch direkt per Mail über unsere Homepage t-time.golf. Sehr interessante Frage zum Beispiel. Ich wüsste keine richtige Antwort, aber Eveline ist wohl gerade dabei, sich zu überlegen, die Platzreife mal in Angriff zu nehmen. Und Eveline möchte gerne wissen, welchen Golf-Club sie für ihre Platzreife wählen soll. Die Perle. Also, ja. Früher gab es ja, früher, früher, jetzt redet der über 40-jährige Mann. Früher gab es ja teilweise so Golf-Clubs, wo man immer dann gesagt hat, da kriegst du die Platzreife geschenkt. Das würde nie passieren. Solche Sätze gab es aber. Und die gibt es wahrscheinlich heute noch. Und es, also, ja, die kennen wir ja nicht, diese Plätze, um Gottes Willen. Nein, alles erstunken und erlösen. Aber wir wissen jetzt ja gar nicht, woher Eveline kommt, Eveline Maria. Ich wollte dir gerade sagen, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist der Standort. Naja, aber wir sollten vielleicht sagen, dass es gut wäre, einen Platz zu wählen, bei dem die PGA of Germany irgendwie an der Hauswand hängt, oder? Danke, sehr gut. Ah, ich weiß doch, was ich sagen muss. Dann sind das schon mal gute Golflehrer. Richtig. Und die machen das ja auch mit größter Sorgfalt, mit größter Ausbildung, mit allem, was sie können. Aber ja klar, also Eveline, wenn du aus Hamburg kommst, dann wäre es ja doof, wenn wir jetzt sagen, fahr nach München. Eveline, hier ein Tipp, wirklich ein Tipp. Es gibt bestimmt super tolle Konzepte, wo das auch vielleicht irgendwie funktionieren kann, dass man innerhalb von 48 Stunden 25 Regeln plus Decisions auswendig lernen kann und im Rahmen eines Tests wiedergeben kann. Da kann man auch garantiert eine neue Laufprüfung ablegen in 48 Stunden und 7 Stunden Golftraining machen und die obligatorische Platzbegehung. Dafür reichen 48 Stunden garantiert aus. Aber nicht diese 48 Stunden übers Wochenende Platzreife-Geschichten machen. Tu das nicht. Geh zu einem soliden Club, wo dieses PGA of Germany-Emblem dran ist. Oder, weil wir reden ja für die DACH-Region, auch für eine PGA of Austria oder PGA of Switzerland. Ja? Geh da hin, wann da so ein Emblem ist. Lass dich über 4 bis 7 Wochen bei dieser Platzreife begleiten, dass du auch genügend Zeit hast, dich wirklich mit dieser Sportart auseinanderzusetzen und dann wirst du auch eine gute Zeit haben. Eveline Maria, wenn wir dir damit geholfen haben, freuen wir uns. Aber ansonsten kannst du uns ja gerne auch nochmal schreiben, wo du eigentlich herkommst und dann können wir da vielleicht sogar noch besser helfen. So, jetzt kommt eine sehr interessante Frage, aber ich weiß gar nicht, bei euch im Profi-Dasein ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Was? Wie geht man, möchte Christopher wissen, wie geht man richtig mit beschissenen Flightpartnern um? Wie ist das eigentlich auf der Tour? Da kannst du ja auch nicht mit jedem gut befreundet sein. Oder ist es im Profileben einfach so, dass es so, das ist unser Job und wir verstehen uns alle gut oder so? Da gibt es doch bestimmt auch welche, wo du sagst, ach du Kacke, mit dem muss ich jetzt morgen spielen. Nein, wir sind alle Best Buddies. Wie in jedem Berufswelt. Wir sind alle blendend. Nein, natürlich gibt es da, wie überall auch, es gibt genügend Leute, mit denen ich jetzt freiwillig nicht 18 Loch spielen würde. Und das Schöne daran ist, dass man dann, also das ist jetzt natürlich nicht die Antwort auf die Frage von, von wem war es? Von dem Herren oder der Dame? Christopher. Christopher, von Christopher, weil er hat ja nicht das Privileg eines Kettys, normalerweise wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist ein Ausweg für diese Sache immer halt einfach viel mit seinem Kettys zu quatschen, weil dann musst du nicht mit den Leuten quatschen. Oder du redest halt einfach allgemein nichts, aber das ist ja dann auch für viele zu langweilig, weil man verbringt ja doch viel Zeit dann mit dieser Person. Aber im Idealfall, aber klar, wenn man das nicht hat, dann sollte man an dem Tag vielleicht einfach sich selber beschäftigen. Ein bisschen die Bäume zählen, die so am Golfplatz sind, so ein paar Achtsamkeitssachen machen, sich auf sein Zeug konzentrieren und versuchen, das alles zu genießen und die Flightpartner auszublenden. Weil klar, wenn keine alternative Person da ist, mit der man sich zum Beispiel unterhalten kann, um somit quasi vielleicht unangenehmen Gesprächen mit der ungeliebten Person zu entgehen, dann bleibt nicht viel übrig, als zu versuchen, sich die Zeit nicht verwiesen zu lassen in irgendeiner Form und sich dann vier Stunden zu denken oder fünf Stunden, oh, ich kann den nicht leiden, ich kann den nicht leiden, jetzt hat er schon wieder einen Birdie gemacht, das ärgert mich, weil ich habe selber einen Doppelboge gemacht. Deswegen, ja, man muss sich beschäftigen in irgendeiner Form. Man kann natürlich dann auch versuchen, ein bisschen vorneweg zu laufen oder ein bisschen hinterher zu laufen, damit man halt eben vielleicht Gespräche vermeidet. Oder man versöhnt sich an dem Tag, macht sich danach ein Bier zusammen auf und wird Best Buddies. Komm, sag einfach, wie es bei manchen Runden ist, man bietet der Person quasi das 18-Loch-Du an. Oh wow. Das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt. Doch, das gibt es tatsächlich. Das habe ich auch schon gehört und wenn solche Personen das dann anbieten, dann sagt man dir, dann bleiben wir gleich beim Sie. So. Musst du direkt kontern, genau. Mir ist aufgefallen, dass wenn so bei Turnieren oder wenn du so zugelost wirst oder eben, keine Ahnung, so wie jetzt in Bad Griesbach, hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich immer alleine los bin. Aber wenn du dann an der Eins, wenn du so wartest auf deine Startzeit und wenn die dann anfangen, dir zu erklären, dass sie schon so lange nicht mehr gespielt haben oder dass sie zur Zeit überhaupt nichts treffen. Der Ellbogen tut weh. Und hier, genau, da Schmerzen und da Scheiße und der Pater, es funktioniert einfach nicht mehr und sie waren schon so lange nicht mehr. Wenn du quasi zehn Minuten das Ohr vollgeleit bekommst, wie schlecht sie sind, nur damit sie so dem ganzen Thema so ein bisschen vorbauen können, um ihre eigene Nervosität runterzuschrauben, dann habe ich schon einen Hals. Weil dann fange ich schon an, doof zu werden irgendwie und dann hat der Typ oder die Frau schon gleich verloren. Oder gestern habe ich in Griesbach den Porsche-Platz gespielt, also der, der parallel zum Beckenbauerplatz da unten, wo die Porsche European Open früher auch ist. Und dann war da so eine Family vor mir und ich kam da alleine an und die hatten 20 Minuten Vorsprung. Also ich hatte um 15.30 Uhr Startzeit, die sind um 15.10 Uhr raus. An der 2 hatte ich die schon. Also ich war innerhalb von kürzester Zeit hinter denen und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, warum das so war. Die waren da am Quatschen und dann hatten die nichts, also die kannten sich, glaube ich, auch gar nicht aus, wie man das so macht, wenn man zu viert dann da auf so einem 18-Loch-Platz unterwegs ist. Vor den drei Bahnen frei, bis die mich mal vorbeigelassen haben. Katastrophe. Hinter mir hat dann schon einer aufgeholt, an dieser Stelle schöne Grüße, Quirin, mit dem habe ich gespielt. Der macht nächste Woche sein Abitur, alles Gute. Wir haben eine lustige Zeit gehabt, 18-Loch haben wir dann gespielt. Ich glaube, wir haben sechs Flights, haben uns durchspielen lassen, wir waren richtig gut unterwegs gestern. Aber wenn du solche Leute schon irgendwie auf dem Platz triffst, alter, ja gut. Bei mir hilft dann meistens so nach 9-Loch, wenn ich dann merke, ist eh schon vorbei, dann viel trinken. Irgendwie. Dann irgendwie gucken, dass man den Tag irgendwie noch rumbekommt. Aber naja, ich glaube, man muss sie halt dann irgendwie ausblenden, das ist die einzige Möglichkeit, weil meistens trifft man ja so Leute dann doch im Turnier und möchte dann irgendwie noch unbeschadet ins Ziel kommen. Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, wenn du da so einen Flight hast, der ewig lange braucht und das auch wirklich so über die normalen Golfabläufe hinaus, das ist natürlich absolut ärgerlich und absolut nicht korrekt. Worüber ich mich manchmal aufrege, ist, wenn ich in einem 3- oder 4er-Flight unterwegs bin und es gibt in meiner Region einige Golfclubs, wo es solche Flight-Konstellationen dann gibt, also neben meinem 4er-Flight, wo du dann hinter dir hast, ein 1er-Flight, ein 1er-Flight, ein 2er-Flight, 1er, 1er, 2er, 1er, 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 2, 2, 1, ja. Und das sind alles so vom Typen her Leute, die sagen, hey, jetzt nochmal schnell ein neues Loch in 30 Minuten reinquetschen. Und wenn du die permanent hinten dran hast an der Stoßstange, ja, mein Gott, das macht natürlich auch keinen Spaß. Weißt du, ich kann mich ja auch nicht jeden zweiten Loch an die Seite hinstellen und die durchwinken, weil, weißt du was, das finde ich ja auch witzig, das hatte ich letztens auch mal als Reaktion. Ich hatte jetzt schon ein paar Leute, die mich angebefft haben, dass sie gar nicht durchspielen wollen, weil dann sind sie immer so gestresst, die spielen dann lieber hinterher. Ach, das geht jetzt auch mit dabei, ne? Ja, das heißt, egal wie du es machst, du machst es verkehrt. Ja, klar. Lässt sie nicht durchspielen, sind sie sauer. Lässt sie durchspielen, sind sie sauer, weil sie jetzt selber gestresst sind. Ja, was denn jetzt? Ich glaube, das ist so ein Thema, das kriegst du nie geregelt. Nie. Weißt du was da, doch, das könnte man regeln, indem jeder so Flaggen mitkriegt. Stell dir mal vor, du kriegst so wie so ein Fahnenschwinger. Und du kriegst so eine, keine Ahnung, sowas wie eine grüne. Ah ja, grüne, grüne, wenn man so gechillt unterwegs ist, gelb ist so Herzrate 120 und rot ist so kurz vor Hyperventilieren. Pass mal auf, du bist jetzt in deinem geliebten Vierer-Flight mit den Boys. Mit den Boys und man zockt so ein bisschen. Und einer hat an seinem Bag so fest installiert irgendwie eine Flagge. Nehmen wir mal an, die wäre rot. Rot heißt, du kommst hier nicht vorbei. Genau, das heißt, du kommst nicht vorbei. Und wenn dann hinten einer am Tisch steht, dann könnte der ja auch, der Einser vielleicht, der lieber sagt, wie du beschreibst, ich darf gern hinten dranbleiben, weil es stresst mich zu sehr. Der hat dann quasi sehr geglaubt, der hat auch eine rote Flagge. Ach so. Und wenn du aber dann nach hinten schaust und hinter dir ist ein Einser, der keine Zeit hat, weil er jetzt gleich im Auto sitzen muss, weil da ein Business-Lunch auf ihn wartet, der macht die grüne Flagge und dann kannst du dir überlegen, ist mir wurscht, sie lasse rot oben. Oder der macht dann auch grün und dann weißt du, okay, grün, grün passt, geht zur Seite, er spielt durch, ciao. Das ist doch die Lösung. Also die habe ich jetzt gerade erfunden. Sehr gut. Aber das ist eigentlich eine geile Idee, oder? Liebe, liebe Marshalls in Deutschland, meldet euch zu dieser sensationellen Idee von Bernd. Ja. Das finde ich zum Beispiel in Griesbach großartig. Da ist auf jedem Platz immer ein Marshall unterwegs und der hat da gestern dann irgendwann auch angefangen, mal ein bisschen zu regeln. Das war echt gut. Also der hat sich dann mal da kurz zu erkennen gegeben. Der schoss dann wirklich aus so einem Wald raus. Das finde ich immer geil. Wenn die dann sich so verstecken, in so kleinen Ecken irgendwie so am Rand, wo du sie auch überhaupt nicht siehst. Und plötzlich, bam, steht der Marshall mitten auf dem Fairway. Und dann wird hier mal kurz Polizei gespielt. Aber schöne Idee. Ja. Finde ich auch. Lass uns diskutieren. Das ist doch toll. So. Jetzt kommen wir aber in ein Feld rein, da kennt ihr euch noch viel besser aus. Viele wollen nämlich so das Thema mentale Vorbereitung auf eine Wettspielsaison oder wie sieht ein kurzes Warm-up für die Golfrunde aus? Solche Sachen kommen ganz oft in letzter Zeit. Mental, boah, weiß ich nicht. Also ich bin ja eh immer so ein Kaltstarter. Ich sehe ja das alles ein bisschen anders als ihr Profis da. Also wollen wir das aufteilen, Bernd? Also ich würde mal sagen, also was ich machen kann, ist so die Aufwärmeroutine für so eine Turnierrunde an dem Tag. Ja, und ich mache den Rest. Alles klar, finde ich gut. Willst du quasi den Vorbau machen und ich mache die Turnierrunde? Pass mal auf, ich mache den Vorbau, weil das geht dann fließend in die golfspezifische Turniervorbereitung. Aber denk bitte an den normalen Golfer, nicht an den Berufsgolfer jetzt beim Warm-up. Also nicht die Nummer, drei Stunden vor T-Time stehe ich auf, dann gehe ich zu meinem Physio, dann in den Tourtruck und dann... Frage, Antwort. Okay Jens, dann nochmal von vorne, wie genau, dann stell uns du doch mal eine... Ein kurzes, also hier, GLMK2501 möchte wissen, wie sollte ein kurzes Warm-up, ein kurzes Warm-up für eine Golfrunde aussehen? Das ist noch nicht ein Turnier, das ist nicht DP World Tour, das ist nicht Challenge Tour, das ist einfach nur, wie kann ich mich ein bisschen aufwärmen, damit ich mir nicht gleich beim ersten Drive einen Bänderriss hole. Das heißt, der will jetzt so eine Mischung aus kurzen Beweglichkeitssachen und einer kurzen golfspezifischen Warm-up-Uteam haben? Ich stehe mir eher vor als die Nummer, ich stehe vier Stunden vor T-Time auf, gehe dann zum Physio, hau mir vorher noch eine Achtsamkeits-App rein und bin dann noch vier Stunden im Gym und dann... Also, mein Warm-up sieht da eigentlich ganz professionell so aus, ich flanke mir erstmal ein Cappuccino rein, das die Herzrate nach oben bringen soll. Was bei mir ein Bier ist, okay. Dann gibt es nochmal ein Schokokroissant, ja, damit dann auch nochmal der Blutzuckerspiegel nach oben geht und das auch nochmal die Herzrate anziehen lässt. Und dann gilt es, sich so einzudecken mit Nahrungsmitteln, dass dieser Blutzucker oben gehalten werden kann. Der darf für die nächsten vier, fünf Stunden nicht abschmieren. Ja, nee, aber jetzt mal im Ernst, das, was natürlich ganz wichtig ist, dass man sich körperlich vor der Runde, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du vielleicht nicht mehr als fünf oder zehn Minuten hast. Du musst dich natürlich körperlich so erwärmen, dass du zum einen Verletzungsprophylaxe machst. Ja, wir alle haben wahrscheinlich irgendwo irgendwie Wehchen, der Bernd überall im Körper, ich halt nicht. Also, Hashtag Gummi-Gummi-DNA und einmal Verletzungsprophylaxe, das, was einen halt, wo man akut gefährdet ist. Und dann am besten körperlich die Dinge, die für den eigenen Schwung notwendig sind, um zu funktionieren. Bei mir ist es die Rotation. Das heißt, ich muss immer irgendwelche rotatorischen Dinge mit einbauen, damit ich drehen kann. Ansonsten passiert bei mir nicht so viel mit Drehen. Und jetzt kommst du. Das war doch jetzt mal kurz und knackig auf den Punkt. Ja, das war gut. Also, ich würde noch hinzufügen, man hat ja dann eh nur Zeit für die Range, weil wir haben ja die notorischen Leute, die halt, wie Flo auch sagt, dann dreieinhalb Minuten haben, ungefähr, um sich aufzuwärmen. Und dann hat man ja nur Zeit für Range und wenn man das hat, dann trotzdem wenigstens ein paar kleine Schläge. Es müssen ja gar keine großen sein, einfach macht mal ein paar Chips und Pitches. Nehmt einfach nicht erst den Dreiber in die Hand. Weil das ist ja auch Verletzungsprävention, man kommt in einen besseren Rhythmus. Also erst ein paar, drei, vier Bälle, so einen halben Schwung, dann drei Viertel einen Schwung und dann kann man ja so ein längeres Eisen und dann Holz und dann kann man los. So, mental, da warst du, Bernd, in den letzten Monaten stark irgendwie aktiv, hast du ja auch hier schon im Podcast erzählt, so eine ganze Wettspielsaison. Gehst du dann nochmal die ganze letzte Saison dann da durch oder ist es eh ein fließender Übergang oder ist man da eh immer im Prozess drin oder gehst du wirklich aktiv, jetzt ist die neue Saison vor der Brust und jetzt geht's los, auch mental? Ne. Ne. Danke, das reicht schon. Okay, gut. Ne. Ne, also einfach nein. Nein, weil eigentlich, also viel dieser mentalen Arbeit soll ja auch daraufhin abzielen, dass man eben eine einzelne Saison oder eine einzelne Saison, Entschuldigung, oder ein einzelnes Turnierevent eben nicht auf diesen hohen Sockel stellt, sondern man möchte ja möglichst emotional in eine gleichmäßigere Stimmung kommen, sei es jetzt abseits vom Turnier oder am Turnier. Und deswegen geht's eigentlich viel darum, dass man eben nicht diese für sich selber diese Höhepunkte noch größer macht oder die jetzt die anstehende Saison irgendwie noch größer macht, als es ist. Nämlich am Ende sind es einfach halt eine Anzahl von Turnieren, die man spielt. Und deswegen, ja, also viel meines Trainings zielt ab, Dinge eigentlich gleichgültig, ist das falsche Wort, was ist mir nicht gleichgültig, aber Dinge entspannter zu sehen und anzugehen. Und dazu gehört eben, dass man alle Dinge so ein bisschen mehr, dass man die Höhen ein bisschen mehr in die Mitte rückt und die Tiefen ein bisschen mehr in die Mitte rückt. Und das, finde ich, ist ein Hauptbestandteil meines Trainings. Und da, also wie gesagt, das hatte ich auch schon mal erwähnt, mein aktuelles Hauptaugenmerk da ist, so dieses Thema Meditation, Achtsamkeitsroutinen, das sind so die Werkzeuge, die ich da habe. So, und dann eine Frage nehmen wir noch raus. Wie laufen denn die Saisonvorbereitungen in der Bundesliga, Herr Fritsch? Mannheim-Virnheim. Es geht ja jetzt dann auch demnächst wieder los, oder? Ja, das ist allerdings richtig. Wir starten in der zweiten Maiwoche in St. Leon Roth, hier in der ersten Bundesliga Süd, zusammen mit Marienburg, dem Münchner Golfklub, Stuttgart, St. Leon Roth und wir halt, die Mannheimer Seahawks. Und unsere Vorbereitungen laufen soweit eigentlich ganz ordentlich. Ich muss sagen, anfangs habe ich gedacht, 16 Mann Kader in der ersten Herrenmannschaft, das wird locker ausreichen. Vor einigen Monaten habe ich dann doch realisiert, ich habe da drin vier Profis und ich habe fünf, die auf dem College sind. Das könnte jetzt ein bisschen eng werden bei den ersten beiden Spieltagen. Du hast mich nie angerufen. Ja, genau, ich weiß. Ich hätte dich sofort nach Mannheim holen müssen, ne? Schon klar. Ja, ich wäre doch sofort da gewesen. So, deswegen, aktuell spielen wir eine Menge Quali-Runden, auch mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, aus der AK18. Da haben wir auch viele bekommen aus St. Leon Roth, die dort aussortiert wurden. Und ja, ja, mit denen machen wir jetzt, mit denen arbeiten wir eine Menge. Und das macht auch richtig viel Spaß. Sie sind motiviert, das sind gute Jungs. Da merkt man die ordentliche Vorarbeit von St. Leon Roth. Und wir versuchen da jetzt ein bisschen die Früchte von St. Leon Roths Vorarbeit zu ernten. Und deswegen, wir spielen eine Menge Turniere, wir spielen eine Menge Quali-Runden. Wir arbeiten im normalen Mannschaftstraining, aber eben auch im Kleingruppentraining, damit die Jungs ready to go sind. Vor der DGL-Saison haben wir noch die baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften Ende April, Anfang Mai. Das wird so eine Art Generalprobe sein. Da können sich auch viele aus der zweiten Reihe für einen Platz in der ersten Herrenmannschaft empfehlen. Aus der AK18 oder aus der zweiten Herrenmannschaft. Bis dann wieder alle in voller Stärke da sind ab Ende Mai. Und dann geht es bei uns los. Wir, im Vergleich zu vielen anderen Erstligamannschaften, sind nicht ins Ausland gegangen auf ein Trainingslager, sondern wir haben uns nur vor Ort vorbereitet. Das hat natürlich auf der einen Seite damit zu tun, dass wir wahrscheinlich in dieser gesamten ersten Liga mit dem kleinsten Budget arbeiten müssen. Wobei ich jetzt in keinster Weise sagen möchte, dass das klein an sich ist. Aber wir haben wahrscheinlich das kleinste im Vergleich zu allen anderen. Und deswegen können wir da nicht so sehr, sag ich mal, aus den Vollen schöpfen wie jetzt andere Golfclubs. Schöni! Und gibt es aus der DP World Tour Ecke, Challenge Tour Ecke, Herr Rittermer, gibt es da schon News, wie es bei dir weitergeht? Ja, ich hatte ja gehofft diese Woche. Aber das hat sich jetzt wahrscheinlich zerschlagen. Außer heute Nacht passiert noch Magisches. Corona-Fälle und Absagen. Ich bin nämlich, ich bin leider jetzt seit zwei, drei Tagen stagniert, die Entry-List. Ich bin fünfte Reserve. Und es ist ja jetzt doch schon Montagabend gerade. Das heißt also morgen, also ich sag mal so, ich müsste, um anzureisen, müsste ich morgen Abend wenigstens erste Reserve sein. Und das kann ich mir dann doch nicht ganz vorstellen, dass das passiert. Und deswegen, ja leider, ich hätte gern gespielt. Das Spiel ist eigentlich wirklich gut in Schuss. Also ich hatte da ja zwar diese kleine, diese Rückeneskapade, aber die hat sich jetzt dann doch ganz gut wieder erledigt. Und spielen tue ich gut. Trainiert habe ich auch gut. Deswegen schade, dass das jetzt nichts wird. Und deswegen die nächste mögliche Chance, die ich dann eigentlich, also realistisch habe, ist Belgien. Dann ist es erst die zweite Maiwoche und bis dahin wird jetzt trainiert. Saubere Sache. Ja. Du hast ja auch einen schönen Heimatclub, wo man auch sehr gut essen kann. Ich bin ein großer Fan von den Instagram-Stories vom Wittelsbacher Golfclub. Ja, da geht es schon. Wenn das Restaurant mal die Wochenkarte postet. Lecko funny. Also das ist schon der Hammer. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir da uns zum Essen treffen. Genau. Und ein bisschen patten, zehn Minuten oder so. Zehn Minuten patten und dann wieder zwei Stunden essen gehen und dann nochmal zehn Minuten patten. Ich wäre sofort dabei. Gucken wir mal. Ja, das kriegen wir hin in den nächsten Wochen. Joti, Männer, vielen Dank. Das war unsere heutige kleine Nach-Oster-Ausgabe Teatime der Golf-Podcast. Wenn ihr für die nächste Folge Fragen habt, die wirklich sehr spannend wird. Bis dato gibt es noch keine Planänderungen. Nächste Woche soll Sophia Popov, Major-Gewinnerin, zu Gast sein bei uns. Also wenn ihr jetzt schon Fragen an Sophia habt oder so, haut sie uns rüber über Instagram, Facebook oder team-time.golf. Habt ihr sie erinnert? Wir sollen sie, glaube ich, jeden Tag erinnern. Nein, aber es wäre noch viel zu früh. Naja, ich weiß nicht. Nee, ich denke mir, ab Donnerstag, Freitag starte ich meine Kommunikationsoffensive. Und dann wird sie bombardiert. Hallo, hier ist Bernd. Wer? Wir müssen uns dann natürlich frühzeitig ein bisschen mit der Uhrzeit beschäftigen, weil sie hat ja doch einen kleinen Zeitunterschied. Ah, ja, stimmt. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Das heißt, es wird bei uns sicherlich Montag vielleicht zu einer ähnlichen Zeit wie heute aufgenommen werden, weil da ist es ja bei ihr dann irgendwie Nachmittag, Mittag, Nachmittag. Aber ja, ich freue mich drauf. Es wird, glaube ich, cool. Und ich verspreche, ich bereite mich mit einem ordentlichen Song vor, dass ich da nicht rumgucken muss. Das war ja... Du, ich war jetzt im Jahr 1982 oder 83 bei den Charts. Hab ja noch mal ein bisschen rumgeschaut. Du, Spider-Murphy-Gang wäre noch... Oh, die Spider-Murphy-Gang. Schon, oder? Jetzt habe ich dich auf was gebracht, ne? Liebe Freunde, an der Stelle fällt mir nichts mehr ein, außer euch eine wunderschöne kurze Arbeitswoche zu wünschen. Nächste Woche Sophia Popoff, hoffentlich bei T-Time, der Golf-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time T-Time ist eine Produktion von PodEva. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de